Willkommen zum Gig Sonntags-Kick, 11. Sonntag im Jahreskreis. Es wächst und wächst und wächst. Das ist der Kick, diesmal aus Rom, Vatikanstadt. Wir mussten hier einige Aufnahmen machen. Und es ist immer gut hier zu sein. Die Kirche ist zum Wachstum berufen. Die katholische Kirche wächst jedes Jahr um 13, 15 Millionen Katholiken und trotz diesen ganzen Problemen, die wir haben. Also mit Christus nur Wachstum und heute merken wir im Evangelium, der Senfkorn hat an sich Potenzial. Wir haben in uns das Potenzial. Wir sind zum Wachstum berufen, zum Wachstum gemacht. Nacht, Regen, Sonne, Licht, alles das produziert ohne Ende Wachstum. Bleiben wir in dieser natürlichen Ordnung. Bewegen wir uns in diesem Kreislauf der Natur, des Wachstums. Im Englischen sagen wir go with the flow. Einfach in der Bewegung bleiben, auf der Welle schwimmen, nicht dagegen, schon gegen die Welle der Zeit, aber nicht gegen die Welle der Gnade sich bewegen. Und das ist das, was Jesus heute möchte, dass wir wachsen. Das ist eine Zeit des Wachstums rein natürlich, aus unserem Potenzial heraus. Und sich nicht widersetzen dem Wirken der Gnade. Und dazu segne euch der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Das war wieder der Gig-Sonntags-Kick aus dem Vatikan diesmal. Und wir Menschen sind ja rationale Wesen. Also bewegen wir uns in diesem Potenzial der Rationalität. Dann wird Frucht wachsen. In diesem Kreis der Natur bleiben. Unsere Webseite auschecken, gottesgut.org. Das Josesbuch ist unterwegs und auch das neue Gig-Magazin. Bleibt neugierig und bitte betet für diese Initiative Ostwind. Gott segne euch. Bis nächsten Sonntag, euer Pater Paulus Maria. Bis nächsten Sonntag, ich bin Einschz Vielen Dank.